Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 13. Oktober 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1099. Heute mit den folgenden Themen. Motorola, Honor 50, DDoS, Apple Event, OneMove 5, Standard Apps und Top 10. Ich starte gerade mit Motorola und die sind nämlich, die News ist eigentlich von der letzten Woche, aber das habe ich irgendwie verpasst mit reinzunehmen, nach zwölf Jahren wieder offiziell in der Schweiz verdrehbar. Das heisst, die zehnte Generation der Moto G Familie kommt endlich auch offiziell wieder in die Schweiz. Das sind verschiedene Smartphones, welche das sind, das könnt ihr auf tele.geektalk.ch auf dem Link klicken und nachlesen. oder wie Podcatcher eures Vertrauens. Das eine davon, das Motorola Edge 20 Pro, habe ich aktuell im Test und da bin ich vor allem gespannt auf den Desktop-Modus. Aber dazu sicherlich ein anderes Mal mehr. Schon länger ist es in der Schwebe. Jetzt soll es offiziell bestätigt worden sein. Die ehemalige Huawei Untermarke, Tochtermarke, wie man es immer nennen möchte, Honor, die kehrt jetzt offiziell zurück nach Europa. Und zwar soll die Honor 50 Serie, was ganz stark nach einem Huawei P50 ausschaut, offiziell mit den Google-Diensten an Bord nach Europa kommen. Wir dürfen gespannt sein, vor allem ob es dann wirklich klappt und auf welche Märkte das Smartphone treffen wird. Ob da die Schweiz zum Beispiel auch mit dabei ist. Dann gab es eine DDoS-Attacke und zwar ist es schon ein bisschen her. Im August war es soweit, das war die bisher grösste jemals verzeichnete und mitgeschnittene DDoS-Attacke, von dem man weiss. Insgesamt wurden bis zu 2,4 Terabyte pro Sekunde in Richtung der Microsoft-Server geschossen. Und zwar die in Europa stehenden. Ziemlich heftiger Angriff von ca. 70.000 unterschiedlichen Rechnern oder was auch immer für Geschichten. Und vornehmlich aus dem asiatischen Raum, was natürlich nichts heissen muss, denn auch Rechner aus den USA waren damit beteiligt. Ziemlich, ziemlich heftig, aber schön für Microsoft, dass man das abwehren konnte und die Spitzen nicht mitschneiden musste. Dann gab es gestern Abend neue Ankündigungen, neue Dimensionen. Am 18. Oktober ist es soweit. Das nächste Apple-Event findet statt und da geht es mit Lichtgeschwindigkeit rüber ins Weltall. Cool animiertes Wallpaper oder besser gesagt Imagefilm, Kurzfilm. Was wird gezeigt? Ja, neue iPhones werden es nicht sein, denn die gab es ja erst gerade. Die iPads auch. Apple Watch Series 7 kommt am Freitag. Was wäre da noch? Ja, die lang gemunkelten MacBooks könnten es sein. Und oder auch der Mac Mini, ein Update oder das Air. Wir dürfen gespannt bleiben. Es wäre mal wieder an der Zeit. Ich glaube, der liebe Achim und Maik, die beiden Mitpodcasts im Geek Talk Podcast, die warten schon sehnlichst darauf. Meiner einer wäre auch nicht abgeneigt. Dann gibt es Neuigkeiten von OneMove. Die haben ein neues Bike angekündigt, ein neues Hyperbike, das OneMove V oder V oder wie auch immer. 5, wie man es dann auch nennen möchte. Also römische 5 wäre das. Ein neues E-Bike, das bis zu 50 Stundenkilometer schnell fahren kann, total durchoptimiert ist und und und. Ja, es wird spannend in dem Bereich. Die OneMove-Geschichten sind ja sowieso optisch sehr eigensinnig, aber richtig hübsch. Ich bin mal gespannt, ob das denn so kommt, wie man es aktuell auf den Screenshots gesehen hat. Das wäre etwas, was ich mir gerne mal ein bisschen genauer anschauen würde. Dann haben wir noch Deezer und zwar hat Deezer eine Kooperation mit Facebook eingegangen. Und zwar geht es da ums Teilen und ums Abspielen von Musik und für uns und euch vielleicht interessant Podcasts. Damit kann man nämlich jetzt die ganzen Deezer-Songs oder eben Podcasts direkt in die Facebook-Stories teilen. Nutzer, die kein Deezer-Konto haben und nicht eingeloggt sind, werden da nur 30 Sekunden Vorschau reinhören können. Alle anderen, die in Deezer-Abo haben etc., die können da den vollen Podcast und oder den jeweiligen Song sich anhören. Und dann haben wir, ich hatte doch noch irgendein Thema, genau zwei Hinweise. Zum einen auf das neueste Video im Pogipsy Network. Das wären die Standard-Ups auf dem Oppo-Smartphone. Wer sich die mal anschauen möchte, ein bisschen längeres Smartphone, genau, ein bisschen längeres Video. Und dann noch die Top 10. Und was hatte ich da für eine Top 10? Ach ja, meine Lieblingsfunktion von WatchOS 8. Wer den Beitrag nicht schon im September gesehen hat, ich habe ihn noch ein bisschen überarbeitet. Und ab Freitag gibt es da neue und eigene Bilder auch mit dabei. Da habe ich die ganzen Funktionen aufgeführt, die mir am besten gefallen am neuen Betriebssystem. Das war es dann auch mit den heutigen Themen. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne bei der nächsten Episode wieder. Bis bald. Euer Pogipsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.